Herzlich Willkommen in der Future Lounge 7. Einer der Gründer ist der Thomas Melcher. Er hat sich nämlich zum Ziel gesetzt, den ersten mobilen Flugzeugterminal zu bauen. Crossing borders means senior horizons. Es hat bei uns so angefangen, dass wir diese Probleme hatten. Und wir wollten was dagegen tun. Für mich war das immer eigentlich sehr interessant, das Überwinden von Grenzen schon vom Kind her. Weil ich auch denke, dass es wichtig ist, dass man seinen Weg geht und dass man einfach das macht, was man glaubt. Future Lounge? Und da, wo ist es? This is the first time I showed up in person the Future Lounge and it was very interesting. Future Lounge Future Lounge Future Lounge Future Lounge